Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, Join. Join verknüpft zwei sortierte Dateien, in denen je zwei Zeilen mit identischen Schlüsselfeldern zu einer Ausgabezeile verbunden werden. Die Schlüsselfelder sind, wenn nicht anders angegeben, durch Leerzeichen voneinander getrennt. Führende Leerzeichen werden ignoriert. Wenn nicht anders angegeben, ist das erste Feld einer jeden Zeile Schlüsselfeld. Die Ausgabefelder sind ebenfalls durch Leerzeichen voneinander getrennt. Die Ausgabe besteht aus dem Schlüsselfeld, gefolgt von den übrigen Feldern der Datei 1 und schließlich alle Felder der passenden Zeilen von Datei 2 ohne das Schlüsselfeld. Damit können verschiedene Dateien nach inhaltlichen Kriterien zusammengefügt werden. Nehmen wir ein Beispiel. Die Datei Adressen.txt beinhaltet diese Zeilen wie die folgenden. Die Datei Beruf.txt enthält jetzt diese Zeilen. Wenn wir jetzt beide Dateien mit dem Befehl Miteinander verknüpfen, so werden nur die Zahlen miteinander verbunden, die gemeinsame Schlüsselfelder haben. Voreingestellt ist das erste Feld, also der Name. Hier Meier, Müller und Schmidt. Das Ergebnis ist auf dem Bildschirm zu sehen. Hilfe erscheint nach der Eingabe join Leerzeichen minus minus help. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.